Jetzt wollte ich gerade die Anwalt machen, du sagst noch Sekunden, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, Elli ist jetzt mal dran. Okay, überredet. Warum klappt das bei mir nie? Wenn ich das zu dir sage, machst du nie eine. Weil ich der Ältere bin, sie muss auf Ältere hören. Wie bei Trials. Wie bei Trials. Wann, wo, mit wem? Ich habe gesagt, du kannst nicht. Jo, YouTube-Basket-Up-Groell am Start, herzlich willkommen. So, noch alles Kribbel. Ja, Moin. Ich hätte mir einfach mal ins Bost. Voll reingeplatzt. Das muss ich mal gucken, wie ich das schneide. Da ist einfach alles drin. Das ist an-cut. Alles an-cut. So, ihr seid so leid, ich mache Start. Ja. Der zeichnet zuerst? Du, wie immer. Möhö. Äh. Ne, das ist... Kannst du mal probieren? Ja. Das kann ich mal schreiben. Ey, nee, das gibt ne Eins. Nein. Zeichenkunst. Dein Kehlkopf? Der Kehlkopf... Wo ist denn dein Kehlkopf, Alter? das ist gerade von mir mit dem ich habe keine ahnung da kommt schon ernsthaft ja ja ich weiß es nicht krawatte was ich zeichne wird schwerer was sie sehen wirklich schwer als das geht schon gar nicht 18 11 12 14 weil ich mich verschrieben habe ich habe sie vergessen ich nehme was schweres ich wollte ja was schweres ihr wolltet es so hatte war doch nicht schwer ein bisschen breiter das gibt es in der form das gibt es aber auch in der form und das ist komplett spaß ich habe gesagt ich nehme schweres wort und warte gesucht ist das oder das kann man essen kann man nicht essen kann man essen gibt es zum beispiel auch da hast du dann was braunes dann hast du unten drunter mit schwarze lage und dann hast du wieder eine braune nade nein keine lasagne ist die schwarze angebrannt lasagna hat mehr buchstaben als das wort kann man sowas aber dann zu aussuchen sehr schön ja einfach für die krawatte ich glaube ich glaube wir hätten doch mehr wie drei runden einstellen sollen ach komm chris also bitte ja das heißt halt ich wenn da der pfeil auf den mund geht kann es auch ein mund sein mit sechs buchstaben buchstaben da was meinst du da das ist ein so genanntes please kill Nee. Ja. Hä? Bin ich gerade nicht der Einzige, der eine Axt vor dem Kopf hat? Was? Was soll das denn sein? Alles, was mir die Zeit im Kopf hat, passt nicht. Ich hab nur Milz und Pilz im Kopf, aber irgendwie haut das gerade nicht hin. Hopfen, Gerste, Getreide, aber kein Balz. Balz. Scheint, was ist an der Decke gekommen? Ja, Windrad, Gerste, Hopfen, Malz, Getreide. Hafer. Hm, acht. Hier geht's hoch. Hier ist eine Leiter zum Beispiel. Und dann geht's hier runter. Okay. Ich wollte gerade noch ein Strichmännchen draufmalen, aber ging dann doch noch. Alter, ich bin letzter. Ja. Ich bin letzter. Ach, ich bin neben der Zeit. Mach es. Pst. Sieben, acht, neun, zehn, zwölf. Nee, das ist jetzt auch nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht. Nee. 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 Nee? Nee? Nee. Nee. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Überlebende. Alter. Ich hätte noch was Grün mit dem Monster malen können. Ja, es wäre einfacher. 4, 6, 7. Das war einfach. So feist, was du ganz langsam gemacht hast. Was denn, Soft Ice? Soft Ice? Scheiße. Komm, das probieren wir einfach mal. Müsste schon funktionieren. Halt, machen wir erstmal den Hintergrund. Machen wir mal. Du Grün. Ach nee, halt. Ich bin grad komplett falsch. Ich hab das falsche gezeichnet. Alter. Warte, kick mal hin, ich helfe euch. So sieht so aus. Das ist die vereinfachte Form davon. Ist auch ein Pilz, also mit Pilz war auch schon richtig. Aber eine spezielle Form. Hä? Wie auch immer ich auf Fliegenpilz gekommen bin, warum hab ich schon Fliegenpilz mal wollte. Keine Ahnung gehabt. Äh. Den kannst du auch essen. Also im Fliegenpilz kannst du nicht essen, aber den der verteilt hat kannst du essen. Ja. Jetzt meistens in Dosen, erste, zweite, dritte Wahl, ganze Köpfe entscheiden. Geschüttelt, nicht gerührt. Neu, die hat sich doch überholt. Ja, die ist schon wieder gewonnen. Ja. Hast du auch die letzte Folge gewonnen, glaube ich. Ja, glaub schon. Ähm, wir sind jetzt bei neun Minuten ungefähr. Ja. Ja, ist richtig. Ja komm, mach mal ne Runde. Mach noch ne Runde, weil neun Minuten bisschen kurz. Guck mal, mach noch ne Runde. Neun Minuten bisschen kurz. Wenn's wieder so schnell geht, dann geht's gut. Ach du, ich brauch' ne halbe Stunde. Zwei Wörter 5, 2, 4, 6, 7, 5 und 7 Richtig gezählt Ja Ja ETF, was malst du da? Geil Daumen hoch Keine Ahnung Daumen hoch Ich erkenne es nicht, erst mal einen Daumen runter Geil Ich kriege allen Buchstaben vorgegeben Das ist schon so ein Moment, wo die Maus auf den Tisch fliegen könnte Gründe Laterne, erkennt man doch Nee, ich dachte irgendwas mit Strahlung Nein Das Grün war halt für das Grün und die Laterne war halt, das ist die Laterne Nimmchen Nee, das passt nicht rein Oh, Entschuldige, bitte Gesundheit Gesundheit Das hier geht's Das hier geht's Ist doch irgendwas mit dem Mond zu tun, oder? Hm, das habe ich auch gerade so überlegt Da bist du aber noch einen frei, dann kommt das L und dann hast du immer noch vier Und Polarlicht Ich war bei Nordlicht und nicht Polar Ach, komm, mach mal das Hm, nee, halt Ich brauch's bitte in Schwarz Ja, ich versuche mal kurz ein bisschen 3D zu zeichnen, aber es klappt gar nicht mal so gut Hä? Das ist doch ehrlich, wenn du dich alles täuscht, geht glaub ich unten irgendwo noch einen Fluss lang Irgendwo hier ist so drüben, da keine Ahnung Hä? kann man drauf kommen oder ja wunderschön ja da war drauf komme ich habe die kunst 4 ich mal die ecke auch nur so aus langweilig ist die hauptstaat die sucht gesucht ist die hauptstadt von einem nachbarland von uns das gebilde hier steht das gewöhnlich doch steifelturm dass die steifelturm mal dazu verkrüppelten zeltplatz sind mein zweiter eifelturm aber die krawatte war besser vorhin oder was ja ich konnte aber wesentlich besser warst du es schon? ne es geht um das da ne passte aber nicht nee hä? blindbinde? nein auch nicht die sauerklauble gelb schwarz blindenbinde ja gelb schweizen punkten aber ja das hängt am abend aber schon mal eruiert ja das kann auch hier hängen hä? muss man auch da hängen? ja das kann man rausfinden das kann man auch rausfinden das kann man auch rausfinden auf jeden fall da hat man es da hat man es meistens wegen einer anderen person muss ich sein gebrochen staubsauger bluterguss dann mal geht doch rot hast du blaue haut oder was? das ist der bluterguss das wird blau also die bluterguss gehabt oder was ist blau trich ach du guter gott das ist mir noch einfacher ja das war's eigentlich schon noll besser als ein mädchen zu zeichnen gut mädchen hätte auch noch gefördert ähm ja du und deine Axt das kriegt man nicht raus aus dir ja ja du 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 n häää soll ich hier pompas gabeln auf rein oder was? ne dann hab ich meistens noch so pompte häää Aber das kann man wirklich erraten, also da war der Eiffelturm schwieriger, muss ich ehrlich zugeben. Und meistens ist dann so... Leute, wie seht deine Waffen aus, Ellie? Genau so, genau so. Das sieht ja auch so aus. Ach du Scheiße. Die haben auch so Herzenform. Ja. Ja, ich war zu treiben. Das ist doch pure Schikane. Das sieht sehr vertraut aus, ja. Das ist Lukas. Verdrahter? Verdrahter? Muss man denn erst verdrahten, oder was? Das kann man erraten. Seid ihr schon in der richtigen Richtung? Keine Ahnung. Das Gegenteil von Verkaufen. Kaufmann. Ah ja. Wie, wird das Bein jetzt immer länger, oder was? Habe ich wie vermalt? Scheiße. Muss ich mal anfangen. Ah, das sieht gut aus. Äh, was? Ich war das doch, was ich gewesen. Wo ist das laut? Ich hab den Ton, hab ich aus. Ja, wir wollen mal runterdrehen. Die spielt nicht mehr mit. Kann man hier noch rot kicken? Nein, schade. Die spielt nicht mehr mit. Katze, ganz gewinze Stein, nichts. Wie sowas Kribbel, das ist eh, was machen wir verkehrt, Chris. Golf-It holst du auf mittlerweile. Es geht gar nicht. Äh, geh was? Ich glaube, das Spiel hat verstanden. Ich verstehe dich so schlecht. Chris, bist du noch da? Ich glaube, der Koppel ist dann kaputt. Nach dem verstehe ich nichts mehr. Elli, hallo. Ich verstehe euch nicht mehr. Golf-It. Soll ich's dir mal in Discord schreiben? Scheiß-Spiel, ehrlich. Schreib ab sofort, schreib schon jedes Teil der Videos Golf-It drunter. Mach das. Dann setzt es mir auf die Blacklist, ich weiß schon. Nee, den Spaß lasse ich mir nicht nehmen. Ich will jeden Kommentar einzeln beurteilen und rausschmeißen. Ach sieh, es geht schon los mit Golf-It. Nachts, wenn ich arbeiten bin, schreibe ich dir Golf-It. Du bist schon gemobbt hier. Guck mal, selbst hier schätzt Golf-It bei Skribbel. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen bei Skribbel. Nächste Runde ohne Elli. Wir suchen uns dann einfach ein paar andere Randoms raus. Gibt ja genug, die rumlaufen. Das wollen wir mal irgendwie Chancen haben. Das geht so nicht weiter. Ja, ja. Immer auf die Kleinen, ja. Ich weiß nicht. Immer so. Natürlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Du bist zur nächsten Runde. Haut rein. Ciao. Tschüss.